Können wir mal bitte kurz über Rebel Moon reden? Da sind jetzt nämlich beide Teile auf Netflix zu finden. Und aktuell belegen beide Teile Platz 1 und Platz 3 der Netflix-Charts. In dem Video hier geht's aber um Teil 1. Fangen wir doch einfach mal vorne an. Worum geht's? Es geht darum, dass eine friedliche Dorfgemeinschaft von einer bitterbösen Armee bedroht wird. Und in Teil 1 dürfen wir jetzt zusehen, wie versucht wird, ein Team zusammenzustellen, um diese weltzerstörende Armee zu besiegen. Wenn man eine Vorstellung haben will, in welche Richtung der Film geht, würde ich ganz klar sagen Star Wars. Ich hab nicht gesagt, dass es eine Star Wars-Kopie ist. Auch wenn es das irgendwie ist. Wir haben das böse Imperium und die guten Rebellen. Wir haben Laserpistolen, wir haben sowas wie eine Art Laserschwert, wir haben ganz viele verschiedene Welten, wir haben ganz viele Arten von Außerirdischen. Ist schon, wie gesagt, sehr Star Wars. Teil 1 hat sehr viele schlechte Kritiken bekommen. Und deswegen war ich auch darauf vorbereitet, den Film echt doof zu finden. Das ist aber tatsächlich in diesem Ausmaße gar nicht passiert. Es ist ein typischer Zack-Snyder-Film. Viele Zeitlupen, viele epische Kameraeinstellungen. Der Typ hat einfach seine ganz eigene Art. In dem Fall aber mit echt mittelmäßiger CGI. Also bei manchen Stellen habe ich mich wirklich gefragt, warum man die im Film drin gelassen hat. Das sieht wirklich richtig schlecht aus. Der Film geht ein bisschen über zwei Stunden. Aus meiner Sicht teilweise viel zu lang, aber ja, auch das kennen wir von Zack Snyder. Ich finde, dass das ein super Science-Fiction-Film ist, den man einfach mal an einem Abend weggucken kann. Und, naja, man darf halt wirklich keine großen Erwartungen haben. Wie viele Punkte gebe ich dem Film? Ich gebe ihm tatsächlich sechs von zehn Punkten. Es ist halt wirklich eine ziemliche Star-Wars-Kopie. Aber am Ende von Teil 1 wollte ich halt wissen, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich auch direkt ein Video über Teil 2 gemacht. Findet ihr hier auf meinem Kanal.